Das hier über mir ist die Original-Klimmzugstange, in der schon Arnold Schwarzenegger trainiert hat. Dieser Ort eignet sich perfekt, um herauszufinden, wer mehr Klimmzüge schafft. Der stärkste 15-Jährige Österreichs, der krasseste 16-Jährige oder ich, der Disco-Pumper. Mal schauen, wie viel ich diesmal schaffe. Ich berühre jetzt die legendäre Klimmzugstange von Arnold Schwarzenegger. Und dann muss ich auch schon direkt vorliegen. Vor einem Jahr konnte ich den 16-Jährigen Thomas um genau eine Wiederholung schlagen. Aber ich wusste auch, dass es diesmal schwieriger werden wird. Ich holte also alles raus und am Ende landete ich bei... 20 Stück, Freunde! Marcel hat jetzt vorgelegt, aber wir werden Erster in der Challenge. Kann sich Thomas dieses Mal rechnen und seine Bestleistung von 16 Klimmzügen toppen? Skibit, 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 skibit! Ich war extrem schockiert, er landete nämlich bei... 22 Mann! Aber da war ja noch der stärkste 15-Jährige. Wie viel drückst du auf der Bank? 110! Und das mit gerade mal 15 Jahren. Wird uns jetzt am Ende doch noch der stärkste 15-Jährige Österreicher abziehen? Er gab auf jeden Fall alles... Und machen! Game, game, game! Und landete am Ende bei 11 Stück. Wie viele Klimmzüge schaffst du? Schreib's in die Kommentare!